ja hi willkommen mein namen ist aniel und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of xylia in der letzten folge haben wir kein ball hat zurückgearbeitet mit gaios und eiver und was weiß ich und ich glaube wir müssen zurück zum schloss ja ich wollte jetzt eigentlich auf screen noch die leben hier ein bisschen auf leveln aber ich habe überhaupt keine gegenstände zum auf leveln und jetzt nicht so toll finde und mir ist noch eingefallen carla soll ja irgendwie sein gucken wir uns noch mal ein bisschen um ja genau hier im gasthaus vielleicht hey du bist professor doktor und lehrer herr lesson today we're going to talk about the history of kenbalar last time we covered guys's role in the battle of fezzabel just go with it okay guys disenchanted by the inability of the great clans to guide their troops formed a group called taurus it was to be an assembly based purely on merit unfettered by outdated clan traditions he believed that those strong in mind and body should be the ones to lead the country nothing like it had ever been attempted before so it didn't matter what your tribe or position was only that you were strong correct and gaius was determined to remake our jule as a country that no longer sacrificed its weakest citizens it was after taurus was formed that he took to calling himself guys wait so it's not actually his real name correct gaius is actually an ancient word that means he who pulls the world behind him so then what's his real name are you sure you want to know that huh is there some reason i shouldn't king gaius hides his real name in order to keep his family out of danger if you want to know it you need to be prepared for the consequences wait that doesn't sound right after all you seem to know his real name if it was that big of a deal wouldn't you be in danger yourself i'm a special case uh-huh let's just continue the lesson very well schwarze haare rote augen der gang ist doch auch oder 15 years ago he vanquished the young but brilliant strategist who led the long down tribe and forced him to submit to his leadership a brilliant long down strategist wait you don't mean it yes it was none other than wingo who would come to be known as the other wing of long down with wingo at his service gaius sees control of canvallar five years later that was when he declared himself to be king of all the ajule united territories this is what would later become known as the dawn of ajule which originally came from the tribes referring to gaius as the dawn king he was only 22 years old at the time that's not much older than i am i can't believe he actually united mädchen ist schon eingepennt he must be a very strong man wer ist das überhaupt but don't his friends and family miss him hmm gaius may be so strong that it doesn't bother him but surely the rest of his family misses him possibly but i'm sure they understand he has a great burden that takes precedence over everything else gaius belongs to the people now not his family i guess and after all it's thanks to him that ajule is now a much nicer place to live and with that i must be going can't keep my students waiting you know thanks for helping me practice oh sure good luck with your classes thank you okay klasse nennen wir es mal so eine reifere frau zieht mit einem kleinen kind durchgegen es war so gruselig als alle gekämpft haben aber ich hatte trotzdem keine angst ich wusste als könig geiles nicht verlieren würde so und ich schaue mich jetzt hier nicht für nebenquests um ich mache jetzt erstmal weiter ich möchte das mal wieder zurück zu den anderen gebieten zu den anderen städten so man oh bin ich gerade hier durchgegangen bin ich gerade durch den wagen durchgegangen wie geil ähm ich möchte wieder zu den ganzen anderen städten ich möchte meine äh äh wie heißt die normalen schwarze federn einlösen und was weiß ich war ja was nur aber irgendwie darf ich nicht was da mit dem schweinchen genau mein gott wieso ich wollte erst kaninchen sagen aber dann euch gedacht ja ja in dem spiel ist das ja schweinchen ich habe mich schon so sehr an die biologie die spiels gewöhnt okay war verwehrt mich nicht so ich denke man ist hier so etwas glitzerndes gib dich zum schloss hey ha dieses mal ein geld dafür kann ich mir nichts kaufen okay ähm da gebe ich zurück zum schloss ja auch wo muss ich hin wir haben ja mit mila außerhalb geredet genau wenn ich mir die lise an der baron zugehört gehen wir sich mit ach da sind sie alle oder so und bis auf mila fehlen alle ach die ist noch draußen und du hältst sich mit du bist sie spenden zum teil mit musik okay du musst nicht alles erklären nachdem ich es erklärt habe man aber was haben sie sich wohl unterhalten was sehen wir alles im mila bläht du kannst du das sagen die gang sind alle hier wir gehen zu Gaius hold on everyone Gaius und die anderen haben diesen Kampf sehr ernst nehmen wir müssen sicher dass wir voll vorbereitet sind ja, ein guter Punkt und wie sollen wir uns vorbereiten wir können nicht aus der stadt raus wir können nicht trainieren wir können oder fliegende schiffe schweigende schweine schweigende 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 aliens ich finde die Idee faszinierend ich bin ziemlich begeistert mich selbst schweigend fliegende schweig es ist außerhalb meiner wildest dreams ach boi so in die Sachen wie das ich verletzte mir selbst hey musik diese Dinge aus der schweig ich weiß nicht aber 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 was? aber ich mich wirklich nicht interessiert wenn es so ist dann würde ich einfach weg fliege das dann wird das dann wird das ich werde dich behalten ok die Ohren eines Monsters schweigende über Ivor warum schweigende er ist nicht tot ich weiß nicht 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 wie ich mir nicht so gut ich weiß nicht wie ich so gut die ich weiß nicht subtext wenn er so große auszutausch hat Ah, ein populärer Topik, wahrscheinlich. Okay. Noch ein. Finden der lokalen Spezialität. Okay. Noch ein Skit. Nein. Okay. Hör. Ich hab dir eigentlich immer so bombardieren. Sprich im Thron sah mit Gaios und fahr los. Ja, aber wo fahren wir hin? Äh, what? Oh, crap. Warum habe ich das jetzt nicht vergessen? Was ist? Was ist? Ich habe das Gefühl auf deinem Gesicht gesehen. Es ist Master Sonja, nicht wahr? Before I left, Mom asked me to run an errand for her, but I totally spaced. But that was quite some time ago. I'm sure there's nothing to worry about now. Snap out of it, Leia. We need to come up with a plan. Remember the Gaios dumplings they have here? Let's send her some. That's it. We'll distract her with sugar. We'll make it out of this alive yet. Hey, Jude! Leia! Do they understand the situation we're in now? It appeared to be a family matter. It's not our place to interfere. Oh. You've become quite familiar with humans, haven't you? I've seen a lot on my journey. Well, I'm proud of the fact that the great Maxwell is a member of my family. That's right. You and I are family, aren't we? I once thought about what it would be like to have a family. And? It was something I've never felt before. Very different from my duties as Maxwell. Of the feelings I've experienced, the one that comes closest is security. Why do you laugh? What am I to you then? That's a difficult question. I understand the idea of having a family. But I don't think it's the same as what you're feeling. That's not what I asked. Besides, didn't you just say that you were proud to have me as family? Oh, is that what I said? Unbelievable. I'm beginning to doubt that you truly came here in response to my summons. All I can say is that there is nothing more important to me than fulfilling Maxwell's orders. Hey, sorry about that. We kind of got carried away. Don't worry about it. It's going to be a moment of death, nehm ich mal an. They seem surprised by that. The most important thing to a spirit is the purpose of its existence, its duty. I believe the same is true for humans. But sometimes for humans. There are things that went out over duty. Over duty? Then again. Perhaps it's just another kind of duty. The duty to survive. I see. I didn't really understand any of that. But I'm glad that you were able to convince yourself. Da kann ich ja gleich, da kann Mila ja gleich mit der Wand reden. Ja, okay. Ich denke mal nicht, wir können überall hinfliegen, woher wollen. Wir haben ja die Vivian. Und wir sind wieder komplett in der Truppe. Können wir theoretisch irgendwo anders hin? ja okay wenn ich nirgendwo anders hin kann dann mache ich auch weiter so hat denn er kommt mir schon vor als wäre das hier bald der finale kampf man kann ja nicht sein wir haben noch die ganze schien maria der gaios diese eine type warum noch sehr viel für hey wengal Ich sehe, dass du dich beschäftigst. Natürlich. 99% der Krieg ist gewonnen, bevor es beginnt. Also, bei diesem Punkt, das Kampf ist nur eine Formalität. Ich lasse nichts für die Chance. Das ist warum ich nicht für deine Gruppe habe. Alles, was ich von dir erwartet, ist eine Distraktion. Wenn du im Prozess sterben, meine Pläne nicht werden. Was? Detour. Oh. Das muss sein, wie ein Kind die Welt sieht. Es ist nicht wichtig, was wir waren. Was jetzt wichtig ist, dass unsere militärische Kraft nicht von seiner Verlust. Du hast sicherlich nicht deine Emotionen leicht zu lesen. Du wärst wunderschön, nicht deine Energie zu versuchen. Die Zeit der Krieg ist in der Hand. Reste, während du trotzdem kannst. Man sagt, ich soll hier hingehen. Ok. Ok. Wenn er jetzt steht. Ok. Ich wollte schon sagen, wenn er jetzt steht. Rot durch den Gast aus. Na gut. Aber ich würde sagen, mit Gaius sprechen wir im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und... Du hast keine Quest. Ok. Du machst immer noch einen auf Cloud. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.